Wir haben eine dramatische Situation. Nicht nur alleine politisch, auch militärisch. Ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Thema. Und bevor wir jetzt als nächstes über den Chart reden, auch da von meiner Seite zumindest mal die Hoffnung, dass möglichst wenig Menschen davon nachhaltig erst mal betroffen sind. Das ist in so einer Lage natürlich ein sehr frommer Wunsch. Aber trotz aller Bewegung, die wir am Markt haben, was wir Marktteilnehmer ja grundsätzlich durchaus mögen und was ja auch durchaus nutzbar ist immer wieder. Es klingt schon ein wenig doof, wenn man im Hinterkopf hat, wir haben eventuell tolle Bewegungen hier am Markt, während auf der anderen Seite genau deshalb gelitten wird oder umgekehrt die Bewegungen hier entstehen, weil irgendwo anders gelitten wird. Also insofern das mal vorweggeschickt. Aber wir wollen das hier auf diesem Format tatsächlich weg von der politischen Situation mal nehmen auf die, wie es in den Märkten im Moment aussieht und was wir gegebenenfalls aus der aktuellen Situation machen können, sollen oder müssen. Fangen wir mal an mit den klassischen Indizes. Was wir hier auf dem Plan haben, ist natürlich der DAX, in dem Fall der Index erstmal. Und wir sehen, wir sind jetzt durch diese Zone, die ich hier seit Wochen ja schon mal angedeutet habe, als eine vielleicht gar nicht so schlechte charttechnisch sehr typisch erreichbare Zone durchgefallen. Noch sind wir, was den Aufwärtsmarkt angeht, noch nicht in einem wirklichen Krisenmodus. Aber es fängt an, unangenehmer zu werden. Denn je tiefer wir unter diese Zone hier fallen, desto weniger hat das, was wir hier sehen, mit einer normalen Korrektur zu tun, à la die hier vorne. Also ein bisschen größer darf sie sein. Aber aller spätestens, wenn wir die Zwischenhochs hier bei 13,500 in etwa, das sind die Sommerhochs aus 2020 sehen, dann wird es sehr, sehr düster. Denn spätestens dann ist diese Aufwärtsbewegung, die wir hier jetzt haben, überschneidend und damit das insgesamtige Aufwärtsbild massiv beschädigt. Es ist nicht ganz vom Tisch. Es wäre noch möglich, dass der Kurs dann dreht und vorläufig noch mal nach oben geht. Aber die Erwartungshaltung wäre eine viel kleinere und vor allen Dingen anschließend dann die Gefahr sehr, sehr groß, dass es später dann noch mal deutlich runtergeht, wenn nicht sogar schon, wenn diese Marke tatsächlich fallen sollte, es relativ zügig davon dazu kommt. Und wir haben in Erinnerung, dass das hier im Prinzip ein Vergleich ist zu dieser Marke, die wir hier vorne hatten. Bis dahin war noch alles safe. Aber als wir durch dieses Hoch, das ist hier ein bisschen doppeldeutig, da will ich jetzt in dem Video nicht darauf eingehen. Ich habe es mehrfach an anderer Stelle erwähnt. Aber diese Hochs hier, wenn wir da durchgegangen sind, ist nachvollziehbar, dass Marken um diesen Punkt sehr realistisch sind. Alternativ auf das aktuelle Bild bezogen. Wenn diese Marke fällt, 13,500, ist es absolut realistisch, dass wir diese Marke notfalls auch deutlich von unten, wir sehen, das war hier auch ein deutliches Unterschießen, noch mal von unten sehen. Also dann wird es wirklich böse. Charttechnisch würde man also sagen, noch ist die Entscheidung nicht gefällt, ob der Kurs nach oben geht oder nach unten. Aber die Situation ist sicherlich nicht besser geworden durch die aktuelle Geschichte und viel Spielraum ist jetzt nicht mehr, um das übergeordnet bullische Bild wirklich maßgeblich aufrecht zu erhalten. Wir haben es im Kürzerfristigen gesehen, ich wechsle mal hier auf den DAX Future, das ist ja eher das Instrument, was man handeln kann, viele auch als CFD und da sehen wir noch mal, dass wir ja hier auch noch gar keine Chance hatten, hier irgendwie auf die Long-Seite zu wechseln. Hier habe ich noch eine alte Zeichnung, die ganz klar dreiwellig hier nach oben, auch hier dreiwellig nach oben. Immer wenn ihr solche Bewegungen habt, die wackelig oder eben dreiwellig, so A, B, C mäßig, egal ob das im Kleinen hier ist, ob das im Großen ist, hier sieht man es ja auch im Vier-Stunden-Chart, das sind alles keine Zeichen für die Long-Seite, im Gegenteil sind eigentlich Trigger für die Short-Seite, dass sich die in irgendeiner Form, über die Länge kann man sich dann immer noch streiten, aber dass die sich in irgendeiner Form fortsetzt. Solange dieser Mechanismus bleibt, gibt es überhaupt gar keine Chance, dass wir hier über die Long-Seite intensiv nachdenken. Das würde sich aus meiner Sicht erst dramatisch ändern, wenn wir einen starken Anstieg mal haben, wenn es danach wackelig runterkommt und anschließend dann eben in die Fortsetzung dann hier eben kommt. Vielleicht ähnlich wie das, was wir hier hatten, aber eben wichtig, dass es auch entsprechend getriggert wird. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz entscheidend. Ansonsten ist das so ein bisschen der Griff ins fallende Messer, dass man sagt, na gut, es geht zwar runter, aber jetzt kaufe ich einfach mal. Also bitte diese Situation abwarten. Im Moment zeichnet sich das noch überhaupt nicht ab. Es ist für viele, die jetzt fundamental und politisch natürlich argumentieren, überhaupt auch nicht nachvollziehbar, warum das jetzt passieren sollte. Es ist wohl wenig zu erwarten, dass es jetzt in der Ukraine zu einer ganz schnellen Lösung der Problematik da kommt. Ich formuliere es mal so neutral. Ich weiß gar nicht, was ich da anders sagen soll. Also da wird man sehen, ob die Marktteilnehmer da jetzt den Mut fassen und sagen, okay, der erste Schock ist jetzt überwunden und jetzt kommt die Stabilität. Wir finden eine Bodenbildung. Wir werden das abwarten müssen. Es ist jetzt überhaupt nicht zu erkennen, dass der Markt wirkliche echte Ambitionen nach oben hat. Zumindest nicht in dem, was der Markt hier als letztes, als jüngstes gezeigt hat. Also spannende Situation. Wir haben die Marke ungefähr 13.500. Merkt euch das Zwischenhoch hier im Sommer 2020. Das war mehr oder weniger die Marke, die sicherlich eine, sagen wir mal, deutliche Wirkung zielt, wenn der Kurs da durchgeht. Insbesondere, solange es weiterhin per Schub nach unten geht und nur wackerlich entsprechend nach oben. Vergleichen wir das ganz kurz mit Amerika. Ich mache mal hier meine alte Zeichnung weg und dass man hier nochmal sieht. Ich mache es mal groß, damit ihr es besser sehen könnt. Wir sind hier auch beim Dow Jones. Das ist der Future da drauf, also das handeltere Instrument. Sind wir hier im übergeordneten Chart jetzt wirklich auf der Unterseite dieser Unterstützungsmarken. Hier gilt ähnlich wie beim DAX, nur insofern noch besser, als dass wir ja noch da voll drin sind. Noch ist das nicht entschieden, dass es wirklich negativ da ausgehen muss. Es ist noch denkbar, dass das hier hinten drankommt. Gänzlich ist es nicht rum, aber auch hier gilt, die 29.000 ist es. Das Sommerhoch 2020 wäre eine entsprechende Marke, an der man sicherlich aufpassen sollte, denn wenn die fällt, dann wird es ruckzuck auch nochmal runtergehen in diesem Bereich. Hier kann ein bisschen höher, aber möglicherweise sogar deutlich tiefer hier nochmal gehen. Aktuell, wenn wir aufs kürzerfristige gucken, da sehen wir, was soll man da erzählen? Der Markt ist gerade in so einer Seitwärtsphase. Bullische Ambitionen sehe ich hier überhaupt nicht aktuell. Es gab mal hier so einen kleinen Versuch jetzt hier in den Morgenstunden, allerdings gab es keine entsprechend korrektive und schon gar nicht getriggerte Antwort hier auf die Long-Seite. Also jetzt hier auf die Kaufseite sich zu stellen, ist sicherlich nicht unbedingt das Sinnvollste, was man sich vorstellen kann. Dadurch, dass der Markt hier einfach noch keine klare Richtungsentscheidung hier offensichtlich gefällt hat, müssen wir uns da wohl ein wenig zurückhalten oder bedeckt halten. Auf jeden Fall achtet darauf, ob ihr tatsächlich die Schubumkehr, will ich mal sagen, ob ihr das seht. Das wäre sicherlich ein Indiz dafür. Im Moment sehe ich das hier noch überhaupt nicht. Für die etwas Längerfristigen unter euch, die jetzt nicht unbedingt im 5-Minuten-Chart unterwegs sind, vielleicht typischerweise mehr auf Tagesebene. Mein Tipp geht trotzdem vielleicht auf irgendwie einen Stunden- oder 4-Stunden-Chart. Das ist sogar ein recht typischer dann für solche Kontrakte hier, um zu sehen, ob man hier intern schon irgendwas erkennen kann. Und nach wie vor, es war hier, gab es mal so ein bisschen Versuche, die allerdings nie getriggert wurden. Wir haben keine echten Ambitionen hier für die Aufwärtsseite. Das hat sich bisher auch nicht wirklich geändert. Wir haben sicherlich im Rahmen dieser Unterstützung, was ich hier eben angedeutet habe, eine gewisse Chance, dass der Kurs hier vielleicht doch noch in den Dreh kommt und vielleicht als zusätzliche Unterstützung mag dann dienen. Sowas wie die Symmetrien, das ist natürlich keine verlässliche Bank, wenn da jetzt irgendwie eine ganz doofe Nachricht kommt. Dann werden die Marktteilnehmer sagen, der Linie hin oder her. Aber zumindest sind das, und die liegt bei 32.000, sind das Marken, wo manche Marktteilnehmer mal innehalten mit ihren Aktivitäten. Das heißt, wer da mit Verkäufen innehält, der ist zumindest dann erstmal nicht jemand, der den Druck nach unten aufbaut. Wenn dann die Gegenseite bleibt, dann ist zumindest ein gewisser Rebound möglich. Also es ist nach wie vor, also diese Marke liegt quasi im Konzert dieser grünen Linien, die ungefähr zwischen 33.000 und 32.000 liegen, ein bisschen drunter, darf es natürlich auch gehen. Das ist jetzt noch nicht das Thema, aber dann haben wir die Unterstützung sozusagen hier auch aus diesem internen Bild als Möglichkeit. Ob der Markt diese entsprechend nutzt, ist eine ganz andere Geschichte. Ihr kennt ja mein Credo. Es geht nicht darum, dass solche Marken den Markt drehen, sondern es sind klassische Marken, wo einige Marktteilnehmer sagen, ich weiß nicht, ich nehme mal Gewinne mit oder ich halte mich mal zurück. Und immer wenn Marktteilnehmer ihr Verhalten ändern, und das passiert eben häufig an solchen Marken, dann ist die Chance gegeben für einen Dreh. Umgekehrt ist es natürlich auch ein interessanter Test. Geht der Markt da einfach durch, zeigt das, dass der Markt zwar was angeboten hat für einen Dreh, aber offensichtlich niemand zugreifen wollte. Also ein entsprechendes Indiz dafür, dass das offensichtlich nicht wirklich halten soll oder eine haltbare Idee dann sozusagen ist. So ähnlich ist es nachher auch gekommen. Wir hatten hier einen multiplen Unterstützungsbereich. Jetzt hier ungefähr der Kurs ist abgeprallt. Jetzt geht er gerade durch wie durch Butter. Das ist der S&P 500. Ihr könnt es hier schon sehen, auch im 5-Minuten-Chart. Die Bilder sehen da ähnlich aus. Das ist etwas, was nicht wirklich typisch für eine starke Richtungsentscheidung steht. Wir sind zwar mal stark hoch, sind aber quasi genauso weit wieder runter, also auf dieses gleiche Niveau. Das heißt, die, die hier vielleicht ein bisschen Mut gefasst haben und gesagt haben, okay, vielleicht können wir schon wieder, die haben sich hier alles wieder runternehmen lassen. Jetzt haben wir die nächste Chance vielleicht, dass der Kurs hier entsprechend nach oben kommt. Achtet darauf. Wir wollen nicht so einen Tiefenrücksetzer sehen, sondern wir wollen etwas sehen, was klassisch in diesen mittleren Bereich reingeht, damit wir sehen, dass die Marktteilnehmer wollen. Gerade in den letzten Tagen, vielleicht das als kleiner Einschub, bevor wir auf Nasdaq gucken, höre ich ganz, ganz häufig, ja, aber es ist doch eh die politische Börse. Was gucken wir hier auf die Charts? Es ist doch das, was da gerade passiert, was Putin macht oder was da in der Ukraine passiert, was den Markt bewegt. Ja, das ist ja nicht das Thema. Der Chart sagt nicht, ob da jetzt irgendwie was passiert oder nicht. Der Markt gibt ja nur das wieder, was die Marktteilnehmer daraus machen und ob die das Ganze als eine schlimme, als eine sehr schlimme oder vielleicht eher nicht mehr so schlimme Situation auffassen oder vielleicht irgendwann sogar als eine befreiende oder Gott sei Dank, Herr Ruck-Aktion. Das heißt, das, was wir hier sehen, soll nicht darstellen, die Vorhersage, ob da jetzt als nächstes ein Angriff passiert, ob als nächstes dieses ist oder jenes, sondern nur das, was tatsächlich passiert, bewerten. Und der Hintergedanke ist, machen wir mal ein Beispiel, wenn Marktteilnehmer die aktuelle Situation so bewerten und dann kommt eine schlechte Nachricht vielleicht und der Kurs kommt mal runter, wenn man dann aber sieht, dass die schlechte Nachricht nicht mehr das Gewicht bekommt bei den Marktteilnehmern, dann ist die Chance groß, dass bei der nächsten einigermaßen guten Nachricht oder nicht mehr so schlimmen Nachricht die Bewegung wieder fortgesetzt wird. Also es ist ein Stimmungsbarometer auf die fundamentale Situation. Es soll niemals, das ist nicht, das kann Schadtechnik natürlich nicht, die Vorhersage, was als nächstes passiert. Dann hätten wir unser Erdbebenwarnsystem und Brandschutzwarnsystem und was weiß ich was alles schon, weil wir wissen, nö, da kann jetzt nichts brennen. Der Aktienkurs steht auf steigen. Das ist natürlich Quatsch. Aber wir können sehen, wie schätzen die Marktteilnehmer ein, wie die Situation ist. Und wenn der Markt, das ist manchmal das Gegenbeispiel, wenn der Markt nach oben kommt, aber möglichst so, dann kann ich mir vorstellen, wenn jetzt mal wieder eine blöde Nachricht kommt, dann sagen die Leute, ich habe es immer gewusst, zack, raus. Und in so einem Umfeld, wenn eine blöde Nachricht kommt, warten wir mal lieber ab, ist nicht so ganz sicher. Und wenn dann nochmal eine blöde Nachricht kommt, geht er nach unten weg. Wenn dann aber eine gute kommt, ist dann eben das hier als Bewegung. Das heißt, dafür ist das mit den Triggern da. Also das vielleicht für diejenigen, die aus meiner Sicht häufig, ich sehe das ganz häufig an Kommentaren, Feedbacks, was ich immer wieder lese, eine völlig falsche Vorstellung von der Charttechnik hat. Die ist natürlich kein Zukunftsleser. Sie zeigt ja nur an, was die Marktteilnehmer hier aktuell sehen oder wie sie das einschätzen. Und mir ist lieber, bevor ich meine Meinung oder eines Einzelnen höre, die von der Gesamtmasse der Marktteilnehmer zu gucken. Und das ist die, die wir hier im Chart haben. Ein bisschen spannender ist das, was der Nasdaq hier gerade bringt. Denn das ist etwas, wo ich sage, so sieht durchaus eine sehr starke Bewegung aus. Also der Tech-Markt, so wie wir ihn hier haben, hat aktuell in seiner letzten Bewegung eine sehr starke Aufwärtsbewegung gezeigt. Und wenn ich mich für einen dieser drei Märkte oder vier, wenn man den DAX mit reinnimmt, noch entscheiden müsste, den finde ich im Moment am spannendsten. Wenn hier jetzt als nächstes irgendwie sowas kommt, nicht zu tief, ihr denkt immer dran, macht euch ein Fibonacci Retracement, tiefste Punkt, höchste, nehmen wir mal an, nicht das blaue jetzt, sondern das, was wir tatsächlich haben, es bleibt bei dem hoch, dann wäre das ungefähr hier. Jetzt machen wir mal den Gegentest. Diese Geschichte hier, die ist ja nirgends getriggert worden, die ist erst mal sehr niedrig gelaufen. Da muss ich nicht mal Fibonacci anzeichnen, da sehe ich schon, dass wir deutlich tiefer gegangen sind als die Bewegung. Natürlich kann der Kurs trotzdem nach oben gehen, aber es gibt hier, wenn wir so tief drunter sind, dann erst mal keine Gelegenheit, da den Long einzunehmen. Erst dann wieder, wenn wir entweder im Kleinen und dann irgendwie wackelig runterkommen oder wenn wir dann im Großen jetzt hier die nächste wackelige Bewegung bekommen, dann mit Trigger auf dem Zwischenhoch, vielleicht ist es auch nur eine A, B, C, das macht es manchmal einfacher, weil man nicht so viele Hochs hat als Trigger, sonst muss man immer um eins nachrücken, wenn es wieder ein tieferes gibt, aber so hat man dann eine Idee. Also zusammengefasst, Nasdaq hat die schönsten Chancen im Moment, was die Aufwärtsrichtung angeht, unter zwei Bedingungen, dass die nächste Bewegung korrektiv ist, bis in den ungefähr klassischen Bereichen, ich habe es eben aufgezeichnet, und dass wir dann das Ganze triggern. Natürlich könnt ihr aggressivere Einstiege hier mit Cluster und so weiter suchen, das ist aber ein anderes Thema und müsste ein andermal erklärt werden. So, also insofern haben wir jetzt ungefähr eine Idee, zumindest mal was die Indizes angeht, soll es das erstmal gewesen sein. Als kleines Update vielleicht nochmal als Hinweis, wir haben hier auch im Übergeordneten eigentlich den besten Gedanken, dass jetzt diese Aufwärtsbewegung, ihr seht, ich habe meinen alten Fibo gelöscht, weil den hatten wir auf das letzte Tief hier gezeichnet, jetzt ist ja das das letzte Tief. Und sobald sich dieses Ding hier ergibt, wäre ein typischer, ein klassischer Bereich, dass wir hier irgendwo reingehen. Und da wir hier ja auch an der 38er sind, ist die Chance, dass wir diesen Fünffäller, was ja ebenfalls ein typisches Ende ist, dass wir das bald nach oben hier nochmal abarbeiten, in einer Gegenbewegung, sehr realistisch. Achtet aber drauf, es müsste wackelig sein, lasst euch nicht einlullen von wegen, es müsste doch hochgehen. Wenn der steil runtergeht, nicht sagen, dann gehe ich jetzt hier einfach long. Die Chancen, dass er dann einfach sich nochmal weiter fortsetzt, nach unten sind einfach zu groß. Soweit mal der Überblick jetzt hier über diese Titel, ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, das hilft euch trotzdem ein bisschen weiter, die Situation einzuschätzen. Haltet mal ein Auge drauf. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr in finanzieller Sicht im Moment nicht leiden müsst und den Menschen, die wirklich betroffen sind davon, dass es möglichst wenig oder idealerweise gar kein Leid gibt. Da drücken wir mal alle die Daumen. Euch alles Gute, liebe Grüße.